Das alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, Internet, es geht weiter in der Kategorienbesprechung vom Gleichsatzkanal, die muntere Trilogie, jetzt weiß ich auch weswegen das eine Trilogie ist, beziehungsweise eine Kategorienbesprechung in dem Sinn ist hier auch nicht am Start, denn hier handelt es sich mehr oder weniger um alles, also um eine Einführung, eine Einleitung in die Philosophie, wenn man so will, ein Rundum-Paket und wenn jetzt immer noch die ersten zwei Folgen der Abteilung Objektivität beziehungsweise Gegenstand und Skepsis beziehungsweise Skeptizismus noch Intus hat, dann ist mit dieser dritten Reihe dann wirklich alles vorbereitet, um die richtigen Fragen zu stellen, sage ich mal, und mehr braucht es nicht. Wer hier nicht mitkommt oder hier nicht durchsteigt, dem ist in Sachen Philosophie oder Erkenntnistheorie nicht zu helfen. Also, da es sich hier um ein etwas breiteres Spektrum handelt, mit gehörigem Überblick, habe ich als den ersten Markstein sozusagen, bei dem wir in die ganze Geschichte einsteigen, ein Zitat von Franz Staudinger gewählt, der um die, ja da steht es ja, 1884, jetzt muss ich das Wort geschrieben, das, wie ich meine, überzeitliche Geltung für sich in Anspruch nehmen kann. Ich werde das Ganze zuerst mal vorlesen und dann meine Stellungnahme dazu beziehungsweise eine Verortung der ganzen Geschichte der Orientierung etwas breiter treten. Also, auf los geht's los, Franz Staudinger. Die Mächte des Dogmatismus rühren sich ja auf allen Seiten, weisen auf die Zerfahrenheit, auf dem Gebiet der Erkenntnis, auf die Unmöglichkeit hin, mit den Waffen von Vernunft und Einsicht den Sieg zu erringen und begründen damit der nach einem sicheren Halt begehenden Seele die Notwendigkeit einer auf dem Boden untrügliche Autorität wurzelnden Gewissheit. Ob es möglich ist, unsere Erkenntnis auf einem festen, in ihr selber lebenden Grund einheitlich zu gestalten und von hier aus den Forderungen des Gemüts gerecht zu werden, oder ob eine rückläufige Bewegung uns wieder in die Fesseln des Dogmatismus schnüren soll. Darum dreht sich vor allem politischen und sozialen Streit die Frage der Zeit. Die entscheidende Schlacht wird auf dem Feld der Erkenntnis geschlagen. So Franz Staudinger. Wieso habe ich dieses Statement gewählt zum Einstieg in die Abteilung Abstraktion, Nominalismus, Sprachkritik? Eigentlich ein etwas nicht gerade gelungener Titel, müsste etwas kürzer sein, aber es sollte eben auch alles drin sein, dass die Abstraktionen als unabhängig vom Nominalismus auch zur Erklärung kommen. Und die Sprachkritik dann auch getrennt vom Nominalismus. Ansonsten hätte man das Ganze auch Sprachkritik nennen können oder nur Nominalismus. Aber wie dem auch sei, jetzt ist es mal so. Aber das soll uns jetzt auch nicht weiter stören. Also, hier geht es los, die Mächte des Dogmatismus. Und das sich vor Augen zu führen, dass es immer um den Dogmatismus geht, wenn jetzt von Philosophie oder von Erkenntniskritik oder dergleichen die Rede ist, dann ist der Feind, sag ich mal, die bloße Behauptung, woraus sich der Dogmatismus hauptsächlich ernährt, eine Behauptung ohne Begründung. Und wenn die Begriffe Logik, Vernunft oder Rationalität oder was auch immer in der Richtung eine Bedeutung haben sollen, dann bedarf es eben einer Begründung, die einsichtig ist. Die mag jetzt nicht jeden einsichtig sein und das Ziel ist auch nicht die Allgemeingültigkeit auf einer logischen Art und Weise. Vernunft ohne Einsicht wäre eben Dogmatismus und das ist autoritär. Und in diesem Sinne eine Fortführung des Absolutismus auf religiösem oder auch politischem Gebiet. Und demgegenüber steht eben das, was als Erkenntnis bezeichnet wird, als Wissen, das eben auf guten Grund basiert, der prinzipiell einsehbar ist oder zumindest sollte das eben der Versuch sein, immer wieder Einsicht zu fördern, sprich keine logischen Widersprüche und Ungereimtheiten, sondern eben soweit es jedem möglich ist, widerspruchsfrei und einwandfrei. Ob das jetzt prinzipiell möglich ist, spielt jetzt erst einmal keine Rolle. Wenn ein vernünftiges Denken überhaupt eine Basis haben soll, dann muss sie sich auf Folgerichtigkeit gründen und eben auch auf einem Grund eher, wie ich meine, nicht letzter Grund nicht logisch begründbar ist, sondern nur von einem ethischen Gesichtskomitear. Wie auch immer, es steht und fällt überhaupt auch hier diese Veranstaltung, wenn jetzt nicht angenommen würde, dass es sich hier um eine widerspruchsfreie Angelegenheit oder zumindest der Versuch, eine Widerspruchsfreiheit und damit eine Sache, die man einsehen kann, handeln würde, dann wäre das sowieso alles sinnlos und tricklos. Also gegen diesen Dogmatismus der bloßen Behauptung ohne Begründung wendet sich auch Staudinger. Und von diesen Dogmatikern sagt er, dass sie auf die Zerfahrenheit auf dem Gebiet der Erkenntnis, auf die Unmöglichkeit, mit den Waffen von Vernunft und Einsicht den Sieg zu erringen. Also die Dogmatiker behaupten, so Staudinger eben, oder bemängeln die überall um sich greifende Zerfahrenheit auf dem Gebiet der Erkenntnis, also da kommt sowieso keine Einigung zustande und deswegen muss eben, das ist eben ein Punkt für den Dogmatismus, der dann sagt hier so, da geht es lang und damit wenigstens irgendetwas passiert und damit zur Tat geschütten werden kann, muss dann eben der Ruf nach dem starken Mann und dergleichen. Also und auch gegen die Behauptung der Unmöglichkeit, dass eben mit Vernunft und Einsicht etwas erreicht werden kann, und deswegen sind dann nicht nur die Dogmatiker, sondern die Pragmatiker, die legen dann auf diese Widerspruchsfreiheit dann auch keinen so großen Wert, sind eher nach sophistischer Manier bereit, alles Mögliche dann in Sachen Vernunft und Einsicht zu verkaufen, solange es ihren Zwecken ging. und dem gegenüber ist eben versucht eben Staudinger, er spricht hier von einer begehenden Seele, eine begehende Seele, da haben wir es, die nach der Notwendigkeit, die Begehende Seele, lechzt nach untrüglicher Autorität, also um Gewissheit, hier wäre von einer Autorität die Rede, die eben keine bloß auf bloße Behauptung fußende ist, sondern sozusagen die einzig mögliche Autorität, die sachbezogene Autorität und dementsprechende Wurzeln der Gewissheit. und da stellt sich eben die Frage, ob es möglich ist, unsere Erkenntnis einen festen, liegenden Grund einheitlich zu gestalten und das ist eben auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung hier, Gleichsatzkanal, eine gute Begründung zu liefern, was jetzt Erkenntnis betrifft, die Fragen der Erkenntnis mit guter Begründung, Fragen nach Erkenntnis mit guter Begründung zu beantworten, Forderungen des Gemüts, das hat sich mal dahingestellt, das versteht sich eigentlich von selber, dass dann auch das Gemüt befriedigt ist, wenn die Antworten befriedigt sind. Und diese rückläufige Bewegung, die glaube ich, bin ich nicht allein, wenn gerade jetzt im Jahre 2021 wieder mal eine rückläufige Bewegung stattfindet, im Nachklang an die 68er Bewegung, wo eher die andere Seite etwas Übergewicht hatte, ist es wahrscheinlich so, wie immer in der Geschichte, dass auf freiheitliche Bestrebungen dann autoritäre oder eben solche rückläufigen Bewegungen folgen, wie jetzt allgemein in Europa oder weltweit ein ein sogenannter Recht zurückzuverzeichnen ist, in Richtung autoritäre, dogmatischere Ansichten, das ist vielleicht schon zu viel gesagt, Stichwort Trump und Konsorten, das lässt sich glaube ich mit gutem Grund als rückläufige Bewegung bezeichnen. Und hier am Schluss kommen wir dann zu dem Punkt der entscheidenden Schlacht, das lasse ich jetzt dahingestellt sein, aber auf alle Fälle ist es nötig, wenn auch keine Umkehr aus diesen rückläufigen Bewegungen möglich ist, doch so viel wie möglich dazu zu tun, um ein noch stärkeres Auswirken dieses ganzen Unsinns zu behindern, zu hemmen und inwieweit jetzt diese Schlacht auf dem Feld der Erkenntnis geschlagen wird, das versuche ich hier jetzt mit der Analyse der bisherigen Erkenntnistheorien oder Erkenntnisprobleme auf den Grund zu gehen. Das bleibt dann selbstverständlich jedem einzelnen Publikum, Publikanten, Publikum, Publikumerich, Einzahl, oder Publikumerine, Einzahl von Publikum, überlassen, inwieweit ich einen Beitrag dazu, dass es mir möglich war, einen Beitrag dazu zu leisten, wenn auch diese rückläufige Bewegung nicht aufzuhalten ist, das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber doch vielleicht den Samen zu säen, auf dem möglicherweise dann sich die Anzahl der Leute, die über eine gewisse, ein Mehr an Urteilskraft als die vielen, die heute diese rückläufigen Bewegungen unterstützen, übersteigen wird. Das wollen wir hoffen. Und das zweite Zitat, eine Stelle aus David Humes Abhandlungen über die menschliche Natur, auch zur Einleitung, um eine Orientierung, eine Verortung zu schaffen, wo meine Beschreibungen einzuordnen sind. Und zwar heißt es da bei Jom, die geringgefügigste Frage ist Gegenstand von Kontroversen. Also der hat es im 18. Jahrhundert, 1700 sowieso geschrieben, auch wie das obige Zitat, auch eher zeitlos. Also man wird sehen, dass das genauso gut heutzutage in Anspruch genommen werden kann. Aber ich fahre fort. Die geringfügigste Frage ist Gegenstand von Kontroversen und in den wichtigsten können wir keinen sicheren Entscheid treffen. Streitigkeiten häufen sich, als ob alles unsicher wäre, als ob alles unsicher wäre. Und sie werden mit einer Hitze geführt, als ob alles gewiss wäre. In diesem Toben trägt nicht die Vernunft den Sieg davon, sondern die Beretsamkeit. Und niemand braucht die Hoffnung aufzugeben, Anhänger auch für die gewagtesten Hypothesen zu finden, wenn er nur Geschicklichkeit genug besitzt, sie in einem Vorteil auf dem Licht darzustellen. Der Sieg wird nicht von den Bewaffneten gewonnen, die Spieß und Schwert führen, sondern von den Trompetern, Trommlern und Musikanten des Heeres. Also die geringfügigste Frage ist Gegenstand von Kontroversen. Hier brauchen wir noch einen Blick ins Fernsehprogramm zu werfen, und was hier an geringfügigsten vorhanden ist, das Gegenstand von allen möglichen Formaten ist. Und in den wichtigsten können wir keinen sicheren Entscheid treffen. Da brauchen wir jetzt auch nur die Leute fragen, die heutzutage 2021 in der Pubertät sind. Die Unsicherheit war noch nie so groß. Allein diejenigen, die erst mit 30 entjungfert werden, ob Männlein oder Weiblein, spielt da keine Rolle. Also sollte diesbezüglich, was die Unsicherheit angeht, noch ein klareres Bild liefern, wie schlimm das Ganze ist. Also, und die geringfügigsten Streitigkeiten, oder nein, egal, Stichwort Facebook und Konsorten. Aus diesem Grund werde ich auch keinen Facebook-Account eröffnen, weil mir YouTube schon genügt in dieser Hinsicht. Aber da brauche ich jetzt auch nicht, noch weiter auszuführen, was da alles abläuft, und von Twitter ganz zu schweigen. 140 Zeichen. Was da alles abläuft, die gewagtesten Hypothesen. Und der Punkt ist der, dass eben diejenigen hier über die Beretsamkeit, also die größten Schwätzer und Faser, finden hier Zulauf. Der größte Unsinn wird gepostet und geteilt in Masse. Und das, was Jung dann hier mit die Bewaffneten mit Spieß und Schwert, das wären diejenigen, die eben auf Begründung und Folgerichtigkeit achten, was jetzt bei Facebook und überhaupt, wenn da, wird da immer bemängelt, dass das deutsche Bildungssystem, muss da viel mehr drauf eingehen, und diese Einseitigkeit und Emotionalität, und kurz, wie ist denn, die verkürzten Darstellungen, da Einhalt zu gebieten. Aber das wird das deutsche Bildungssystem aufgrund der Voraussetzungen, die da gegeben sind, sprich hauptsächlich objektivistische Ansichten, was jetzt die eigentlich wichtigen Fächer angeht, wo es um Weltanschauung oder sich ein Urteil zu bilden geht, ist das Subjekt auf verlorenen Posten. Weil die Darstellungen keinen Zusammenhang vertragen, da eröffnet sich ein Widerspruch nach dem anderen, wenn einmal nach einem größeren Zusammenhang verlangt wird, und viele der Auszubildenden oder zu Erziehenden, sage ich mal, verlieren schon sehr früh das Interesse an bestimmter Thematik, weil eben nirgendwo eine klare Linie, das heißt widerspruchsfreie Darstellungen geboten werden, und wenn dann eben auf reißerische Art und Weise, populistisch, auch wieder bloß Behauptungen, muss ich dann auch nur wieder die schwachen Geister anschließen. Die Trompeter, Trommler, Musikanten, die Werbeagenturen jetzt auf heutige Verhältnisse umgerechnet, die Berater sind diejenigen, die das alles so hinbringen, dass eben der Erfolg gewährleistet ist, dass die Wahlstimmen rüberwachsen, was man tun muss, das ist ein Wahlplakat, nur mit dem Konterpfeil, und der Name der Partei vielleicht noch, und ein Schlagwort, aber nur nicht zu viel Text, und die Frisur muss stimmen, nicht zu viel Bart, Zähne müssen gemacht sein, und dann wird das erreicht, was zu erreichen ist, die politische Macht, aber leider eben auf Kosten der Inhalte, und das geht bis in die Wurzeln des ganzen Systems, des Bildungssystems, alles nur Formalitäten, wird viel mehr auf die Form geachtet, als auf den Inhalt, und dementsprechend kommt aus dieser ganzen Maschinerie nie etwas anderes heraus, als, wie hat man das genannt, Industrie-Soldaten, mehr oder weniger, dass jetzt die höheren Management-Ebenen sind, spielt dabei keine Rolle, als vielmehr eine Abrichtung als Mittel zum Zweck, als eine Bildung im Humboldtschen Sinn, daran wagt schon gar niemand mehr zu denken. Also gegen diese Maulhelden, würde ich mal sagen, ist diese Veranstaltung hier gerichtet, aber auch an alle die sozusagen die tragenden Säulen dieses ganzen Unfugs, sind die Mitläufer, die dann nach vollzogener Revolution von nichts gewusst haben wollen, und nicht dabei gewesen sind. Alle diese ganzen Normalos, die schweigende Menge. Ja, ich erhalte gerade die Nachricht, dass meine Zeit um ist. Das heißt, mit dieser Einleitung soll es dieses Mal gut sein. Und das nächste Mal geht es dann mit frischem Mut weiter, und gleich in Medias Res, noch nicht direkt, aber schon etwas sachlicher. Die Einordnung, Verordnung hat stattgefunden, sodass jetzt jeder oder jede weiß, woran er sie ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.